Hey ho und Willkommen zurück! Durch einen kleinen Fehler in meiner Kamera haben wir unseren Bezahlungsprozess und so einen Quatsch übersprungen. Viele haben wir nicht gemacht, wir haben den nächsten Song ausgewählt. Den werden wir jetzt wie immer verhauen. Förder! Förder! Achja, wir haben den Gitarren wieder getauscht. Ahja, von mir. Man merkt's, wenn die Kamera das aufgenommen hat. Ja, das hat er nicht. Ja, das hat er nicht. Keine Ahnung. Oder hat er nicht das aktivert, weil ich mein Karol-Markt? Oh, mach alles, Kaxe-Bombs! Ja, das ist ein Ruhesang. Eine Ruhesang. Na ja. Ja, pfff, wie kannst du richtig sauber? Ich doch auch. Ja, na komm. Ja, na komm. Ja, na 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 na. Wo ist die Kaxe? Kriegst du nicht damit? Ey, das schmeckt halt. Gollab-Zieger. Herzgau, Spon. Und wie machst du das? Wenn wir jetzt Profi-Füber... Ich glaube, ich würde sterben. Lass uns doch pein, pein und zweitens. Nein! Spiel! Spiel! Sehr konzentriert, die Manger! Was? Sehr konzentriert, die Manger! Oh, Mann! Wir sind sicher erst bei der Hälfte von dem Song. Der lässt sich aber auch Scheide spielen, finde ich. Oder? Ich sag mal gar nichts! Ach, der ist eigentlich Zonen. Das ist das Wichtigste! Nein! Ja! Nein! Nein! Ich glaub, das war's. Nein! Nicht nur du! Es ist aufgehört, es ist aufgehört. Weil ich einmal nicht mehr zurück darf. Sie werden von der Taste runtergehen. Wir dringen noch. Ein Beruhigungstrank. Ein Beruhigungstee. Ein Beruhigungstee. Ein Beruhigungstee. Ein Hopfenblügentee. Ein Beruhigungstee. Dillzibel Same old Song. Und dann... Ah! Mehr! Pfeff! Verdammt, was hab ich gerade gespielt! Nein, das drüber! Same old Song. Song & Dance. Wartens, lass uns erst mal anhören. Lass mal noch wissen. Hoch. Das ist ja, das Solo klingt schon recht böse. Ja. Das ist ruhig. Oder soll ich mal ein Bass nehmen? Äh, ne, das ist das schon. Kommt zu. Mann. Wamm. So. Trommelwirbel. Ich bin ja auch erstaunt, dass es Publikum geht, das Einzelnen gibt. Ja, gerne. Wir sind halt schon berühmt. Hä. Den tun wir, der andere Tor dazu. Und gleich wieder, falls ich fast hier drückt. Ja, das erwartet. Ach, hast du wieder Rotlicht getroffen? Ne, die ist ja gelb. Der Sonnenblaken ist ja schon. Ach ja. Ach, das ist ja gelb. Ich glaube, das ist ja nur lieb. Ey, aber das ist ein wenig anspruchsvoller dafür eigentlich. Aber wer kommt eigentlich aus der Rocker-Film hier von uns? Hä? Aber wer kommt eigentlich aus der Rocker-Film hier von uns? Hä? Aber wer kommt eigentlich aus der Rocker-Film hier von uns? Von uns zwei? Zwei. Ha! Wir drücken beim 3 an. Ja. 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 Das ist ja gelb! Ja. Das ist ja nicht sehr. Ja, das ist ja so. Ja. Das ist das Böse. Was? Ich hab extra viel gesagt. Ja, ich weiß doch. Trotzig ist es nicht dafür, wenn du das damit assoziierst. Trotzig ist es witzig angehört. Man blaßt auch in die Trompete rein. Das hat Lasse gesagt. Meine Fresse. Das Bannausen wieder. Oder in der Oboe, ne? Oder in der Oboe. Haha, das war jetzt irgendwie überhaupt gewitzig. American Pie? Ach! Stimmt. Du hast Angst. Ich treff die sehr kackig. Jetzt wohl doch einfach nehmen Sorge. Ah, jetzt geht's. Ich hasse diese Stelle. Ach, du hast schon mal an dieser Stelle? Jaja, die kann ich schliftern. Tut mir leid, wenn ich das so ehrlich verhaue. Das ist einfach... Okay. Ich hab heute ab der 13. Halt die Fresse jetzt damit. Es fehlt einem das Skill noch. Okay. Das war ja so. Nein. Ich wollte schon sagen, es wäre fast. Das wäre schon genau das. Aber das wäre so. Nein. Ich würde schon sagen, das wäre passend. Das wäre schon genau. Und jetzt geht's. Oh, komm, wo ist denn der Axt schon wiederkommen? Scheiße, es ist gut, ey. Das geht's aber so schnell, ey. Nein, das ist natürlich die Dinger nicht. Aber es ist langsamer so ein Römer, das kommt jetzt die ganze Zeit, ey. Ey, ist er hier. Oh Mann, das ist nie zu schrecklich. Juhu! Ja, boah. Ich muss nicht weiter besaufen, bevor ich das ertragen kann. Das geht einfach nicht, tut mir leid, das ist einfach... Halt! Der hat mich dann auch los zerstört. Juhu! Na, guck mal, wie viel wir diesmal verdient haben. Nicht nur hier so schlange da aus sind. Ja, aber letztes Mal brauchen wir 50 Dollar, dadurch bloß gemacht. Na, mach mal. Ey, wir wollen jetzt nicht rechnen, wir wollen den Part abbrechen, beziehungsweise im nächsten Beginn. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.